Das Stiefentärchen kennt fast jeder aus unseren Gärten und Blumenbeeten selbst neben Straßen. Es ist eine sehr beliebte Zierpflanze, um dem Hünferling und dem Herbst etwas bunte Blutenfarbe zu verleihen. Dass es auch wilde Stiefentärchen gibt, weiß kaum jemand, denn diese sind nicht so haufig, wie ihre gezichteten Vettern. Die wilde Form des Stiefentärchens ist sogar eine vielfältige Heilpflanze, die dank ihrer milden Eigenschaften vor allem den Kindern gute Dienste erweisen kann. Das Stiefentärchen hilft gegen Husten, Probleme der Harnorgane, ein empfindliches Nervensystem und kann auch viele Hautbeschwerden lindern. Heilwirkung Antibakteriell, blutreinigend, entzündungshemmend, erweichend, harntreibend, krampfelabsatzzeichen sind, schleimelabsatzzeichen sind, schmerzstillend, schweißtreibend, Husten, Asthma, Bronchitis, Keuchhusten, Herzbeschwerden, Arteriosklerose, Verstopfung, Durchfall, Darmkulik, Blasenentzündung, Bettensen, Blasengrieß, Nierenschke, Stoffwechsel einregend, Gelenkentzündungen, Rheuma, Gicht, Nervositä, Nervenentzündungen, Schlaflosigkeit, Fieberkünfe, Mdeichkeit, Hautleiden, Eczeme, Psoriasis, Herpes, Esselglings-Eczeme, Milchschurf, Eitergreint, Akne, Unreine Haut, Hautausschlüge, B, wissenschaftlicher Name, Viola Tricolor, Pflanzenfamilie, Feilchnitze, Viola C, englischer Name, Harzease, Volksmilichnamen, Ackerfeilchen, Dreifaltigkeitsblume, Jelnger-Jeliber, Katrinchen, Samtblümlein, Samtfeigerl, Siebenfarbenblume, Stiefkinder, Tag- und Nachtblümlein, Unzusorge, Verwendete Pflanzenteile, Beelte, Kraut, Wurzel, Inhaltsstoffe, Alkaloide, Anthokanen, Flavone, Gerbstoff, Gerbsure, Gaulterin, Methylsaliculat, Myrosin, Odoratin, Salipzin, Salicylsure, Saponine, Schleim, Violaxanthin, Violanin, Violacviscitrin, Sammelzeit, Kraut, MRZ bis August, Wurzel, August und September Vom wilden Stiefmterchen wird in der K.U. der Heilkunde meistens das Kraut verwendet. Das Gartenstiefmterchen hat anscheinend keine deutliche Heilwirkung. In erster Linie wird das Stiefmterchenkraut zur Anregung des Stoffwechsels verwendet. Doch mit seinen vielfältigen Erfähigkeiten kann man es auch ifr vielerlei Beschwerden einsetzen. Innerlich als Tee Aus dem Stiefmterchenkraut kann man einen Tee wahlweise als Kaltauszug oder als Aufguss zubereiten. Auch als Bestandteil von Tee-Mischungen eignet sich der Stiefmterchen. Der Haupteinsatzzweck des Stiefmterchens ist seine blutreinigende und Stoffwechsel-F-Absatzzeichenrende Wirkung. Man kann es also im Rahmen einer Fiaskur zur Ästärkung des Stoffwechsels und ifr die allgemeine Gesundheit einsetzen. Auch Rheuma und Gicht-K-Absatzzeichen in durchregeimsigen Stiefmterchen-Tee gelindert werden. Das Stiefmterchen wirkt auch leicht harntreibend und antibakteriell, was es zu einem Mittel gegen Beschwerden des Harnapparates macht. Dank seiner Schleim- und Krampfle-Absatzzeichen-Sende-Eigenschaften zusammen mit der entzündungshemmenden Wirkung ist das Stiefmterchen auch ein gutes Hustenkraut, das man vom normalen Husten bis hin zu Keuchhusten und Asthma einsetzen kann. Auch Arteriosklerose und leichte Herzbeschwerden werden vom Stiefmterchen gelindert. Selbst das Nervensystem profitiert vom Stiefmterchen und daher kann man es gegen Nervositä, Schlaflosigkeit und auch zur Verringerung der Neigung zu Fieberkumpfen bei Kindern einsetzen. Der Haupt ist das Stiefmterchen eine gute Kinderheilpflanze, denn es ist milde und lindert viele Beschwerden der Kinder. Usserlich als T Stiefmterchen-Tal kann man auch usserlich auf Erwaschungen und Umschlge verwenden. Er kann ein breites Spektrum von Hautproblemen lindern, beispielsweise Eczeme, Schuppenflechte oder Herpes. Auch gegen Hautprobleme im S-Urglingsalter kann man Stiefmterchen versuchen. Die Volksheilkunde empfiehlt es gegen Milchschulf und Windeldarmatitis. Usserlich als Pulver Das trockene Pulver des Krautes empfiehlt die Volksheilhunde zum Streuen in Wunden. Zusammen mit Honig kann man aus dem Pulver eine Art Salbe zur Behandlung von alten Wunden machen. Pflanzenbeschreibung Das wilde Stiefmterchen ist ein Mittel-Europaheimisch. Es wird CHSD im Flachland und auch in gebirgigen Gegenden. Als Zierpflanze ist eine Zuchtform in den meisten Hausten anzutreffen. Das Stiefmterchen ist ein Riech und wird etwa 20 cm hoch. Der Stungel ist kantig und hohl. Die B-Elter haben lange Stiele und sind Ei oder Herz für Absatzzeichen nicht. Sie sind leicht eingekäppt. Die Bilden wachsen an langen Stielen und sind mehrfarbig. Beim Acker Stiefmterchen haben die Bilden meistens vorwiegend Götter Absatzzeichen nähe. Beim Wiesen Stiefmterchen, das auch gerne in den Bergen WCHST, haben die Bilden auch violette Anteile. Die Bilden sind zur Mitte hin symmetrisch, aber oben und unten sehen sehr verschieden aus. Die oberen beiden Bildenblüter sind ein wenig wie zwei große Ohren. Unten wachsen drei Bildenblüter, von denen das mittlere meistens das GR-Absatzzeichenste ist. Das wilde Stiefmterchen hat einen kleinen Bruder, das Acker Stiefmterchen, dessenliche Heilwirkungen hat, jedoch weniger bekannt ist. Eine Pflanzenart, die dem Stiefmterchen sehr ähnlich ist, ist das Hornfeilchen, Viola conuta. Sie wird als Zierpflanze angepflanzt.